Für viele Freelancer kann auch eine Hochpreisstrategie absolut das Richtige sein, weil ansonsten ist man direkt in so einem Hamsterrad und in der Preisklasse drin, wo man nie wieder rauskommt. Also ich glaube für viele Zuhörer ist es ein guter Tipp zu sagen, mach's wie Tesla, fang Premium an. Ich kannte natürlich Escalate und ich fand den auch immer cool. Mir war aber nie klar, dass die tatsächlich taktisch vorgegangen sind, beziehungsweise strategisch vorgegangen sind, um Menschen wie mich zu begeistern. Das ist das, was mich damals an diesem Artikel so geflasht hat, dass es halt eben anfing mit, wir müssen die Welt retten. Und am Ende ist es total logisch war, dass der Model X natürlich Flügeltüren hat. Mr. Honda, wie im Intro erwähnt, hatte ich seine Erfolgsgeschichte überhaupt nicht auf dem Schirm, finde sie aber schwer beeindruckend, denn sie ist meiner Meinung nach die ultimative Erfolgsgeschichte, gespickt mit unzähligen Rückschlägen, die er überwunden hat. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Böndel. Herzlich willkommen bei Folge 45 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir wollen uns heute mit Autoherstellern beschäftigen, denn egal, ob man über moderne Formen der Zusammenarbeit oder über Marketing spricht, irgendwie wurden die Dinge andauernd bei denen erfunden. Ganz genau. Ich finde eine extrem spannende Branche und wie der Zufall so möchte, habe ich am Wochenende erst einen langen Artikel im Spiegel gelesen. Du bist ja auch regelmäßiger Spiegelleser, vielleicht haben wir ihn beide gelesen. Headline war der iPhone-Moment. Tech-Konzerne wie Apple und Sony wollen mit ihrer überlegenen Software die Autoindustrie erobern. Droht Volkswagen, BMW und Daimler ein ähnliches Schicksal wie einst dem gescheiterten Handy-Weltmarktführer Nokia? Wir werden es heute aufklären, bin ich ziemlich sicher. Vorweg aber noch zwei, drei, vier spannende Zahlen, nämlich die Marktkapitalisierung in Milliarden Euro, Stand 23. Februar. Halte dich fest, Toyota 206 Milliarden, Tesla 552 Milliarden, BMW 45 Milliarden, Volkswagen 92 Milliarden, Daimler 70 Milliarden. Konnte sich jetzt niemand merken, ist auch gar nicht so wichtig, denn jetzt kommen die Zahlen der Tech-Konzerne. Apple 1738 Milliarden, Alphabet, also die Mutter von Google 1145 Milliarden und die Freunde von Microsoft aus Seattle 1447. Auch wenn sich niemand diese Ziffern gemerkt hat, hat glaube ich jeder gecheckt. Das zweite war größer als das erste. Das zweite war deutlich größer als das erste. Nochmal BMW 45, Apple 1738. Also die essen die nicht mal zum Frühstück, sondern noch vor dem Frühstück. Ich weiß gar nicht, was vor dem Frühstück kommt, so der Schluck aus der Pulle Wasser. Und ja, deswegen spannende Branche, da passiert einiges. Und ich komme spätestens in meinem zweiten Blog dann auch dazu, weswegen Tech und Software und Ökosystem und so weiter eine riesen Rolle spielt, wenn es um Automobilkonzerne geht. Das, was du gesagt hast, passt auch super zu dem Thema, was ich im Zusammenhang mit Tesla besprechen werde. Und die führt ja irgendwie dann auch keinen Weg dran vorbei, fand ich, wenn man im Jahr 2021 so eine Folge macht. Ich habe außerdem noch mit Cadillac einen Klassiker dabei. Ansonsten, weil ich ja auch in meinem Mini-Intro gesagt habe, so viel wurde bei Automobilherstellern erfunden. Ja, also wenn man ganz weit zurückgehen will, Ford, Fließbandproduktion, Industrialisierung und so. Da haben wir schon mal einen Automobilhersteller. Und viele Leute, die sich mit Zusammenarbeit beschäftigen, werden da natürlich auch an Lean und Agile und Toyota denken und welche Rolle die da gespielt haben. Das sind wahrscheinlich die Geschichten, die jeder auch schon zwölfmal gehört hat. Welche hast du denn heute mit? Ich habe die Toyota-Geschichte schon 17 Mal gehört, deswegen habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Ich war sehr happy, als du mir Honda ans Herz gelegt hast, denn die Honda-Entstehungsgeschichte kannte ich tatsächlich nicht, auch nicht Herrn Honda. Und ich war schwer beeindruckt, dass Herr Honda damals schon unser Beider-Lead-Formel genutzt hat. Also hunderte von Jahren vor Learnings war er schon auf dem Stand, auf dem wir beide heute sind, schwer beeindruckend. Und dann habe ich Nio dabei. Nio, das Tesla Chinas, wie das Handelsblatt kürzlich erst titelte. Und du guckst mich an, als hättest du noch nie von Nio gehört. Ich gehe davon aus, dass es vielen Hörerinnen und Hörern ähnlich geht. Deswegen wird es höchste Zeit, dass wir hier mal über Nio sprechen. Denn ich war im April 2019, ja bekanntermaßen, für zwei Wochen in China unter anderem auch bei Nio und schwer beeindruckt. Und entsprechend habe ich da zwei bis sieben Anekdötchen dabei und so ein paar Hintergründe. Und glaube, da können wir einiges lernen. Das macht auf jeden Fall Sinn, anstatt, dass wir hier zum 12. oder 17. Mal die Toyota-Geschichte erzählen, dass wir hier Berichte haben direkt aus der Praxis und du uns nochmal ein bisschen was aus China erzählen kannst. Ja, jetzt bin ich im Kopf schon voll in China. Soll ich trotzdem mit Tesla erstmal anfangen? Fang nochmal mit Tesla an. Okay, fange ich mit Tesla an. Tesla, also. Kam schon zweimal vor bei Learnings. Aufmerksame Hörerinnen werden das auf dem Schirm haben. Und zwar einmal in der Folge über die Chicago Bulls und zweitens in der Folge über Fußballvereine. Wie zur Hölle habe ich das geschafft, da immer Tesla reinzudribbeln? Es ging beide Male um Purpose. Einmal ging es darum, dass der FC St. Pauli mit Purpose im Marketing arbeitet und das andere Mal ging es um Phil Jackson, den Coach unter anderem der Chicago Bulls und der Los Angeles Lakers, der mit einem gemeinsamen Ziel die Mannschaften auf Championship-Kurs gebracht hat. Und Elon Musk benutzt Purpose eben auch, wenn er aus Elektroautos etwas Ikonisches macht. Vor Jahren bin ich ein sehr großer Fan von dieser Idee hinter Tesla geworden. Mittlerweile ist mein Fantum etwas verbraucht. Vielleicht auch deshalb, weil Tesla kein Geheimtipp mehr ist, was natürlich kein vernünftiger Grund ist, aber bescheuerte Fan-Psychologie. Zweitens vielleicht auch deshalb, weil mir Elon Musk immer öfter in den Medien wie ein von Hybris getriebener Psycho vorkommt. Damals war auf jeden Fall ausschlaggebend für mein Fantum ein Artikel auf waitbutwhy.com. Der heißt How Tesla Will Change the World und ist aus dem Jahr 2015 und wird euch natürlich auch wie immer auf learnings.de verlinkt. Der Autor und Illustrator von Wait But Why, Tim Urban, hat übrigens auch einen sehr beliebten TED-Talk über Prokastrination gemacht und ich kann Tim Urban auf jeden Fall empfehlen. Wait But Why ist ein Long-Form-Blog. Also alle, die sich jetzt gedacht haben, dann fange ich doch direkt mal an zu lesen. Think again. Die Posts sind lang wie ein Buch. Vielleicht wollt ihr es euch doch lieber von mir zusammenfassen lassen. Und Elon Musk ist irgendwann auf diesem Blog aufmerksam geworden und hat sich tatsächlich da gemeldet oder melden lassen von der Sekretärin, der Sekretärin. Ich weiß es nicht. Und nachgefragt, ob der Tim Urban nicht mal Bock hätte, ihn zu interviewen. Und daraufhin entstand eine Serie von Blog-Posts, die halt eben alle ellenlang sind, über die verschiedenen Unternehmen und Unternehmungen des Elon Musk. In diesem Blog-Post wird sehr, sehr weit ausgeholt. Da geht es dann erstmal um die Geschichte der Energie. Dann geht es um die gesamte Geschichte des Automobils und wie eigentlich so ein Motor funktioniert. Und dann kommen wir irgendwann bei Tesla an und hören dann die Geschichte von Tesla. Und das alles ist so geschrieben, dass es selbst einen begrenzt naturwissenschaftlich interessierten Menschen wie mich mitreißt und ich auf jeden Fall alles durchgelesen habe. Von A bis Z angefangen von der Energie, die seit der Dinosaurierzeit im Boden liegt und dann irgendwann rausbefördert wird bis dahin, wie eigentlich so ein Verbrennungsmotor funktioniert. Und da wird auch eine Menge gesprochen über den Klimawandel natürlich. Er berichtet das am Ende runter auf, fossile Brennstoffe verheizend steigert die CO2-Level oder den CO2-Level in der Atmosphäre. Wenn der CO2-Level in der Atmosphäre steigt, steigen die Temperaturen auf der Erde und die Temperaturen müssen nicht mal besonders stark steigen, um alles scheiße zu machen. Sprich, kurz gesagt, fossile Brennstoffe verheizend macht alles scheiße. Das wird ein bisschen näher erklärt. Ich werde es nicht ganz weit ausholen, aber dieser Kontext ist hier wichtig. Vor 18.000 Jahren war es auf der Erde 5 Grad kälter als heute. Ja, sorry, nochmal Zahlen, aber 5 Grad ist kein Riesenunterschied. In der letzten Woche hatten wir größere Temperaturschwankungen in Düsseldorf. Diese 5 Grad kälter im Durchschnitt der Welt haben aber schon dafür gesorgt, dass Kanada, Skandinavien und England unter einer 800 Meter dicken Eisschicht lagen. Vor 100 Millionen Jahren war es auf der Erde dagegen 6 bis 10 Grad wärmer, auch nicht wahnsinnig viel. Dadurch gab es in der Folge gar kein permanentes Eis mehr auf der Erde und die Ozeane standen 200 Meter höher. Könnt ihr nochmal kurz gucken, wie viel über dem Meeresspiegel eure Stadt eigentlich liegt? Eventuell war die damals nicht da. Soll heißen, wir haben ein sehr schmales Fenster an Temperaturen, in denen sich die Welt weiter bewegen sollte, wenn wir hier weiter ähnlich wie jetzt weiterleben wollen. Und nicht in einer Art Waterworld hieß der Film, oder? Mit Kevin Costner, wo die alle auf dem Wasser rumschippern? Möglich. Nie gesehen? Nee. Klassiker meinst du? Nicht schlecht. Also, so Mad Max mäßig halt, so eine Dystopie. Also, kommen wir mal zum Verbrennungsmotor. Ja, das weiß der Teil einmal so Energie und wo steht eigentlich die Welt, anderer Teil so die Geschichte des Automobils. Der Verbrennungsmotor hat sich tatsächlich scheinbar seit der Dampfmaschine nicht grundlegend weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob die Leute, die sich mehr auskennen unter euch als ich oder auch als Tim Urban da widersprechen würden, aber die Grundidee ist eigentlich immer noch dieselbe. Ich werde dir das nicht ausführen, dafür könnt ihr den Blogpost lesen. Als der Henry Ford 1903 gerade die Ford & Malcolms Unlimited gegründet hatte, die er dann später in die Ford Motor Company umbenannte, waren tatsächlich noch 40% der Autos in den USA dampfgetrieben. 38% waren elektrisch und nur 22% liefen mit Benzin. Damals gab es da noch so eine Aufteilung und es war überhaupt noch nicht klar, dass Benzin- oder Dieselantrieb irgendwie das Ding für Automobile wäre. Eigentlich war ja zu dieser Zeit auch damals Elektrizität der große Game Changer. Thomas Edison und Nikola Tesla waren quasi Bill Gates und Steve Jobs dieser Zeit. Alle Leute waren total aus dem Häuschen, dass man plötzlich sowas wie Glühbirnen hatte und so. Und was eher so ein bisschen Oldschool Altbacken war, war sowas wie Dampfmaschinen, Dampflok, Dampfschiffe. Ja, das kannte man jetzt alles schon, das hat natürlich die Industrialisierung vorangetrieben, aber Elektrizität war der ganz neue heiße Scheiß. Die New York Times schrieb damals noch darüber, dass der elektrische Antrieb der ideale für Autos sei, denn der ist einfach leiser, sauberer und ökonomischer. Entscheidend war aber nicht, was der ideale Antrieb ist, sondern was der skalierbare Antrieb ist. Denn dann kam Henry Ford mit seinem Model T, dem ersten skalierbaren Automobil, das er eben auf diesen berühmten Fließbändern zusammen montieren lassen hat. Und damit hat sich alles schlagartig geändert. Model T voller Erfolg. Plötzlich war das Auto ein Massenartikel, das sich jeder erlauben konnte, weil man es entsprechend günstig produzieren konnte. Und ja, damit stoppte auch die Forschung am Elektroauto und am Elektromotor. Alles rannte nur noch in diese eine Richtung, die Henry Ford so super erfolgreich vorgegeben hatte. Spulen wir nach vorne, 100 Jahre später. Wir haben inzwischen so Sachen wie Internet, Teilchenbeschleuniger, Atomreaktoren und 3D-Kinofilme. Aber aus dem Verbrennungsmotor ist auch nur der etwas bessere Verbrennungsmotor geworden. Laut Tim Urban hat sich so viel seit Henry Ford tatsächlich gar nicht geändert. Woran liegt das eigentlich, wenn sich doch sonst alles so krass ändert? Und wenn Automobile doch eigentlich so ein großer Markt sind und auch so wichtig für unser Leben. Wir fahren ja alle mehrmals die Woche bis mehrmals am Tag mit so einem Auto durch die Gegend. Ein Grund, den er da identifiziert, ist die sehr hohe Einstiegsbarriere. Also eine Autofirma gründen ist echt kompliziert. Die Entwicklung von einem neuen Auto ist super schwer. Eine Fabrik zu bauen oder Fabrik kennenzubauen ist super teuer. Dann muss man, um profitabel zu sein, echt eine Riesenmenge Autos absetzen. Sonst lost sich das Ganze einfach gar nicht. Und dann kommt noch dazu, dass der Verbrennungsmotor natürlich als solcher mittlerweile auch so weit ausoptimiert ist, dass es sehr schwer ist, jetzt ein Auto zu bauen, was einfach so deutlich besser ist, dass man irgendwie mit einer neuen Automarke rauskommen könnte. Deshalb war dann auch das letzte erfolgreiche Autostartup in den USA, Ford Tesla, Chrysler im Jahr 1925. Seitdem hat es niemand mehr geschafft, erfolgreich eine neue Automarke oder neues Unternehmen, einen Automobilhersteller an den Markt zu bringen. Wie hat Tesla das also geschafft? Also erstens natürlich mit Elektroauto. Das war jetzt schon mal ein Unterschied. Aber auch die Elektroautos gab es ja schon vorher. Das war davor ein Nischenprodukt für motivierte Biologie-Lehrerinnen. Gebaut von Mitsubishi oder Nissan. Problem beim Start von Tesla war, Entwicklung ist erstmal super teuer, dieses Auto an den Start zu bringen. Und wenn die Autos auf den Markt kommen, müssen die ja mit den Benzinern konkurrieren. Und die gibt es schon in sehr gut für so, sagen wir mal, um die 20.000 Euro. Also etwas Gleichwertiges als Elektroauto müsste dann aber schon über 100.000 kosten, wenn man nicht nach dem Verkaufsstart immer noch unglaublich viel Geld verlieren will. Das ging also irgendwie alles nicht so richtig auf oder hat da einfach einen riesen Finanzbedarf. Und das Spannende, damit komme ich jetzt mal langsam auf die Sachen, bei Tesla finde ich die Lösung dafür, den Businessplan, der da gemacht wurde. Man hat dann gesagt, Schritt 1 ist, wir bauen ein super teures Supercar in einer sehr kleinen Auflage. Ein Auto, was mit einem Ferrari mithalten kann. Weil das darf dann auch über 100.000 Euro kosten. Und darin kann ich dann eine Marge unterbringen, in der ich halt irgendwie auch meine teure Entwicklung abgedeckt bekomme. Also dieses Problem zu lösen ist mit dem teuren Supercar viel einfacher, dass halt am Anfang der initiale Entwicklungsaufwand so super hoch ist. In Schritt 2 kann ich dann mit dem Gewinn aus Schritt 1 ein relativ teures Auto in relativ kleiner Auflage bauen. Sowas wie ein Mercedes oder ein BMW oder ein Audi für sagen wir mal 75.000 Euro. In Schritt 3 wiederum kann ich den Gewinn aus meinem relativ teuren Auto nehmen und damit ein günstiges Auto in hoher Auflage bauen. Das sollte dann um die 30k kosten, ein Auto für die Mittelklasse sein, etwas für die Masse. Ein Model T quasi, in diesem Fall Model 3. Das war der Plan, darauf wollte er eigentlich hinaus. Und der Herr Musk hat seinen Mitarbeitern wohl auch von Anfang an gesagt, dass es nicht Ziel und Zweck des Unternehmens ist, Spielzeuge für Superreiche zu bauen. Diese Spielzeuge für Superreiche waren ein Mittel zum Zweck. Als erstes, ich weiß nicht wie vertraut ihr mit der Tesla-Geschichte seid, kam dann der Roadster raus. Den kennt heute kaum einer. Sah so ein bisschen aus wie, mich hat es an einen Ferrari erinnert. Oder so eine Mischung aus einem MG und einem Ferrari oder so. Auf jeden Fall der Roadster. Ja, erster Auto, ein paar Nerds haben drüber geredet, beeindruckend, wie schnell das Ding beschleunigen kann. Okay, cool. Als zweites, das war das Supercar, als zweites kam Model S mit dem Model X als SUV-Remix. Ja, aber das war quasi das Konkurrenzprodukt zu Mercedes und BMW, BMW, was dann wiederum zum Model 3 führte, dem Modell, auf das man eigentlich hinaus wollte. Was kann man daraus jetzt lernen? Aus der Geschichte, soweit ich sie erzählt habe, die mich damals extremst geflasht hat. Learning Nummer 1, das ich vorschlagen würde, fang Premium an. Denn schlechter werden kannst du immer noch. Ich muss das direkt ein bisschen einschränken. Ich finde, ob das zutrifft oder nicht, kommt immer darauf an, in welcher Branche man unterwegs ist und was genau man eigentlich gerade macht. Also in der Modebranche zum Beispiel stimmt das oft. Du kannst von einer super raren, super hippen Brand einen Produktzyklus bis in den Mainstream hinlegen. Und wenn du im Mainstream angekommen bist, dann wird irgendwann deine Marke verbrannt, dann kannst du die beerdigen oder musst die mindestens mal acht Jahre liegen lassen, bis du wieder cool werden kannst. Quasi als Ramschmarke anfangen und irgendwann Kult werden kann auch passieren, wenn irgendeine Jugendkultur dich plötzlich zum Kultobjekt macht oder so, ist aber deutlich schwieriger. Also eigentlich fängst du an mit Premium und verramschst dann halt am Ende. Ich wiederum bin jetzt so, was zumindest meine berufliche Karriere angeht, ja so ein Kind des Internets und bin da eher immer mit einer anderen Philosophie auch in Berührung gekommen als einer Premium-Philosophie, nämlich eher so Perpetual Beta, also Release Early and Release Often. Das ist eher so die Toyota Lean Thinking Methode. Du beginnst mit dem Minimum Viable Product und haust das schon mal raus, damit du dann Feedback bekommen kannst und dann entwickelst du es einfach konstant weiter. Schnell raushauen, einfach machen, dann verbessern und wieder das nächste halbfertige Ding raushauen. An Gmail, Google Maps oder Flickr stand deshalb auch jahrelang Beta dran, Perpetual Beta. Das kann man aber natürlich nicht machen, wenn man Herzschrittmacher oder Flugzeuge verkauft. Oder sollte man vielleicht nicht. Ich würde den Beta-Herzschrittmacher auf jeden Fall nicht haben wollen. Und auch bei Luxusuhren ist das irgendwie nicht so richtig cool. Und bei einer Luxus-Streetware-Marke geht es halt auch nicht. Und für Tesla hätte es aus den beschriebenen Gründen auch nicht funktioniert, das auf die Art und Weise zu machen. Ja, dementsprechend für viele Freelancer kann auch eine Hochpreisstrategie absolut das Richtige sein, weil ansonsten ist man direkt in so einem Hamsterrad und in der Preisklasse drin, wo man nie wieder rauskommt. Also ich glaube, für viele Zuhörer ist es ein guter Tipp zu sagen, mach so wie Tesla, fang Premium an. Für andere vielleicht auch nicht. Ich würde es deshalb nochmal ummünzen in Learning 2. Beschäftige dich mit der richtigen Preisstrategie für dein Produkt oder deine Dienstleistungen. Das sollte man, denke ich, auf jeden Fall machen und sich das mal klar machen, bevor man loslegt. Oder auch wenn ihr schon lange losgelegt habt, denkt nochmal drüber nach. Learning Nummer 3, was ich finde, was da drin steht. Fortschritt ist kein Naturgesetz. Große Innovationen passieren nicht von allein. Denn ich habe ja schon gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ist mal schwer, man urteilt über Menschen, die man nicht persönlich kennt. Aber Elon Musk wirkt auf mich mittlerweile in den Medien oft wie ein arroganter, abgedrehter Soziopath. So unsympathisch wie so ein Kanye West. Aber manchmal braucht man halt auch vielleicht so extreme Charaktere, die extreme Dinge ausprobieren. Er hatte immerhin schon ein Unternehmen, das die Mission hatte, Menschen auf den Mars zu bringen, als er angefangen hat, Elektroautos zu bauen. Wahrscheinlich muss man irgendwie auch ein bisschen Rad abhaben, um sowas dann erfolgreich hinzubekommen. Davor kann man auf jeden Fall nur Respekt haben. Also es rechtfertigt vielleicht kein scheiß Verhalten. Sollte er das denn tatsächlich öfter mal an den Tag legen. Aber ja, also Fortschritt ist kein Naturgesetz. Große Innovationen passieren nicht von allein. Manchmal braucht es dafür eben einen Elon Musk. Learning Nummer vier. Es ist toll, wenn etwas das Richtige ist. Besser ist, wenn das Richtige auch Spaß macht. Das ist was, was ich vielleicht dir auch schon mal erzählt habe. Das erzähle ich auf jeden Fall öfter. Ich habe früher mal an der Uni Rational Choice Theorie studiert in der Soziologie. Und ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn man bei irgendwas nur auf den Idealismus der Menschen setzt. Oder wenn man sagt, man muss denen das doch nur erklären. Dann verstehen die das alle und dann werden die das auch alle machen und nicht mehr ihre Cola-Dosen irgendwie in den Wald schmeißen. Und ein Tesla ist vielleicht kein Lamborghini, aber er ist vor allem auch kein Mitsubishi i-Meef. Und ich glaube, deshalb hat es Tesla geschafft, so erfolgreich zu werden. Und das hängt so ein bisschen auch zusammen mit dem Learning Nummer fünf, was ich reinbringen würde. Ein höheres Ziel motiviert nicht nur dich und dein Team-Purpose, ist auch ein Turbo-Boost fürs Marketing. Kleiner Gag hier am Rande, dass ich von einem Turbo-Boost spreche. Was natürlich, wie ihr alle wisst, etwas aus der Welt der Verbrennungsmotoren ist, der Turbo. In dem Buch Tribal Leadership, das sich der am Anfang erwähnte Basketballtrainer Phil Jackson hervorgenommen hatte, heißt es, man soll sich mehrmals fragen, zu welchem Zweck man etwas macht, um den eigenen Purpose herauszuarbeiten. Und das finde ich eben, das hatte ich damals erzählt, dass man das bei Tesla so geil machen kann mit dem Storytelling von Tesla. Die bauen Elektroautos, die sehr schnell beschleunigen und Flügeltüren haben, wie der Model X. Zu welchem Zweck tun sie das? Weil sie der erfolgreichste Autobauer sein wollen? Nein. Ziel ist, Elektroautos zu etablieren. Zu welchem Zweck? Abkehr von fossilen Brennstoffen vorantreiben. Zu welchem Zweck? Die Menschheit retten. Also der ultimative Noble Course, das ist das, was mich damals an diesem Artikel so geflasht hat. Das ist halt eben anfing mit, wir müssen die Welt retten. Und am Ende ist total logisch war, dass der Model X natürlich Flügeltüren hat. Denn das ist mein Learning Nummer 4 auch gewesen. Besser ist es, wenn das Richtige auch Spaß macht. Und ich glaube, das war der ultimative Door-Upnahme-Ende für den Tesla. Und ein weiterer Vorteil davon, dass man eben mit einem Supercar angefangen hat und dann mit einem Luxusauto. Und dass man es erstmal begehrenswert gemacht hatte und plötzlich sich alle dachten, boah, so ein Auto will ich haben. Voll geil. Das Ding kann sogar noch selbst fahren. Bist du schon mal in einem Tesla mitgefahren? Voll das Erlebnis. Und dann am Ende kauft man sich vielleicht auch für, ich weiß gar nicht, was das Ding kostet, für 30.000, 40.000 Euro alten Model 3. Und das ist viel spannender als der Ansatz, wie es halt vorher da war von Nissan und Mitsubishi, dass man halt eben Autos baut, die jetzt nicht so wirklich sexy sind, aber ist ja gut für die Umwelt. Dementsprechend, da steckt viel drin und nach wie vor kann ich diesen Blogpost empfehlen. Vielen Dank. Total interessant. Das eine oder andere hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Ich bin ein wenig traurig, dass du nicht über den Cybertruck gesprochen hast, denn der Cybertruck war ja das letzte große Tesla-Ding, das durch die Decke ging. Vor allem auf LinkedIn, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast. Ich glaube, es ist jetzt so ein Jahr, anderthalb her, wobei es war, glaube ich, noch vor Corona. Da konnte man den Cybertruck vorbestellen und ich glaube mit, weiß ich nicht, super wenig Geld anzahlen, ich glaube mit 500 Euro oder so oder lass es 3000 gewesen sein, auf jeden Fall super wenig. Und dann hast du einen Screenshot bekommen und diesen Screenshot konntest du posten und alle Menschen hatten das Gefühl, sie müssten auch unbedingt den Cybertruck vorbestellen, damit sie dieses Foto bekommen oder diese Grafik, die sie dann posten konnten. Und plötzlich war LinkedIn voll mit Menschen, die diesen Cybertruck vorbestellt haben. Also total kurios, aber auch ein klasse Marketing-Trick. Voll gut. Cybertruck noch nicht entwickelt, keiner weiß, ob der jemals, also klar, der ist entwickelt, aber nicht fertig entwickelt und man weiß auch nicht, ob der jemals auf europäischen Straßen zugelassen wird. Aber egal, du kannst ihn schon vorbestellen und hier hast du natürlich auch schon die Vorbestell-Grafik, damit du auf LinkedIn damit angeben kannst, dass du einer der Ersten bist, die den Cybertruck vorbestellt haben. Also Elon Musk, Master of Marketing, immer wieder, finde ich, macht der richtig gut und ich bin kein Elon-Kritiker wie du, ich bin Elon-Fanboy. Also wirklich von A bis Z. Ich finde den Hyperloop geil, ich finde SpaceX geil, ich finde, dass der an Hirnimplantaten arbeitet, die gegebenenfalls irgendwann Parkinson in den Griff bekommen, geil. Der Typ packt die großen Themen an und es gibt in meinen Augen viel zu wenige, die die großen Themen anpacken und die da so bold dran gehen wie Elon Musk. Und du hast völlig recht, der Typ ist mindestens genauso anstrengend wie Michael Jordan und Kanye West, aber der Typ verändert halt auch mal eben die Welt. Und gäbe es nicht Elon Musk, dann würden wir heute nicht so häufig über Elektroautos sprechen, wie wir es gerade tun. Bei dem stimme ich auch alles zu. Es gibt ja immer die anderen Geschichten über ihn, wie das, als damals diese Kinder aus der Höhle in Asien, glaube ich, gerettet werden sollten und er dann irgendwie den einen Retter da angegangen ist und als Kinderschänder irgendwie beleidigt hat und so, weil er sauer war, dass der nicht seine Technik einsetzen wollte. Oder bei Covid-19. Angeblich, wissen wir ja nicht. Er hat's getwittert. Oder bei Covid-19, als es dann darum ging, dass er keinen Bock hatte, dass er wollte, dass die Leute irgendwie schön weiterarbeiten in der Fabrik, egal Covid-19 und so, Hauptsache Ziele werden erreicht und so. Ja, aber ich habe ja auch jedes Mal dazu gesagt, aus den Medien, keine Ahnung, vielleicht ist er gleichzeitig ein total smoother, liebenswerter, guter Typ. Typ, ich fürchte nicht. Ich glaube, er ist schon, er ist wie Kanye West, glaube ich, er hat schon irgendwie einen Dachschaden, aber geil, dass er diese ganzen Sachen macht, extremst inspirierend und ja, cool. Ich meine, ey, der macht genug für fünf Leute. Also wenn es fünf Leute machen würden, wäre jeder von denen, ich würde mir das Buch kaufen von dem Hyperloop-Typen, von dem SpaceX-Typen, von dem Tesla-Typen und das mit den Hirnimplantaten würde ich mir auch noch reinziehen. Definitiv. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit nochmal einen Post von ihm gesehen, wo er aufgedröselt hat, wie er mit der PayPal-Bezahlung bzw. Ausschüttung damals verfahren ist. Er hat ja mehrere, ich glaube, 100 Millionen bekommen, weil er PayPal mitbegründet hat und er hat das komplette PayPal-Money wieder reinvestiert in seine Companies und dann weiter zur Miete gewohnt. Also der hat sich jetzt nicht irgendwie zwei Millionen rausgenommen, ein Haus gekauft und dann erstmal, ne, so, sondern nein, er hat zu 100 Prozent reinvestiert und dann weiter zur Miete gewohnt. Crazy. Völlig verrückt. Beziehungsweise sich sogar Geld geliehen, um privat zu überleben, weil er halt so. Und finde ich einfach nur schwer beeindruckend. Super. Ich habe auch seine Biografie zum Beispiel nie gelesen. Kann man bestimmt auch mal machen. Vielleicht hätte ich dann auch nochmal ein anderes Bild von ihm. Also mein Bild ist echt so von den teilweise, glaube ich, aber auch gewollt bösartigen Medienberichten über ihn. Weil viele Leute, wenn einer so gehypt wird, dann kommen halt eben auch die Hater so. Und andersrum halt von diesem alten Blogpost, wo ich mir danach dachte, geil, wo kann ich unterschreiben? Wo kann ich diese Teslas kaufen? Wie kann ich ein Praktikum bei Elon Musk machen? Würde ich total gerne übrigens. Das nur als Vorwarnung in deine Richtung. Sollte ich die Chance bekommen, ein unbezahltes Praktikum bei Elon Musk zu machen? Ich wäre sofort bei Elon und würde hier alles stehen und liegen lassen. Jederzeit würde ich dich ziehen lassen und mir dann Popcorn, jeden Abend Popcorn machen und mir von dir am Telefon erzählen lassen, wie schlimm der Tag wieder war. Ja, mal gucken, mal gucken. So, wie kriegen wir die Brücke? Gar nicht. Spielt keine Rolle. Ich baue sie mir einfach. Ach, wir sprechen jetzt über Honda. Gut. So, ich hiero Honda. Mit Sicherheit mal wieder ein yet another falsch ausgesprochener Vorname von Philipp, aber spielt keine Rolle. Mr. Honda, wie im Intro erwähnt, hatte ich seine Erfolgsgeschichte überhaupt nicht auf dem Schirm, finde sie aber schwer beeindruckend, denn sie ist meiner Meinung nach wirklich die ultimative Erfolgsgeschichte, gespickt mit unzähligen Rückschlägen, die er überwunden hat. Gefunden habe ich die Geschichte in Tony Robbins' Awaken the Giant Within, ein Buchtipp von dir, von wem sonst. Und ja, ich glaube, wir fangen einfach mal vorne an, um das Ganze einordnen zu können. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1938. Mr. Honda ging noch zur Schule und er hat, ähnlich wie Elon Musk, alles, was er besaß, investiert in eine kleine Werkstatt. Und in dieser Werkstatt begann er damit, ein Konzept eines Kolbenrings zu entwickeln. Ja, ich bin kein Kolbenring-Experte, aber wir wissen alle, Kolbenringe sind in Sachen Automobil nicht ganz unwichtig. Und er begann damit, dieses Konzept zu entwickeln und wollte es unbedingt an Toyota verkaufen. So, das war sein großer Traum. Und dafür schuftete er Tag und Nacht, steckte bis zu beiden Ellenbogen in Fett und schlief in der Werkstatt. Und ja, immer in dem Glauben, dass er das Ergebnis produzieren könnte, von dem er glaubte, dass er es produzieren könnte, um es dann eines Tages an Toyota zu verkaufen. Wir spulen nach vorne, er verpfändet den Schmuck seiner Frau, um im Geschäft zu bleiben, weil klar, diese Entwicklung ist total kostspielig. Und irgendwann war er am Ziel und er bekam den Termin bei Toyota. Und er präsentierte das Konzept seines Kolbenrings und es wurde ihm gesagt, dass dieses Konzept nicht dem Standard von Toyota entsprechen würde. Das war natürlich ein herber Rückschlag, wie wir uns alle vorstellen können. und er musste tatsächlich zurück zur Schule. Er wurde für zwei Jahre zurück in die Schule geschickt, wo er dann dem höhnischen Gelächter seiner Ausbilder und der Kommilitonen ausgesetzt war. Klar, weil er hatte sich aus dem Fenster gelehnt, er hat den Schmuck verpfändet, er war in seiner Werkstatt zugange und dann hat Toyota gesagt, nee, das ist aber irgendwie jetzt nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Also, großer Rückschlag und dann ging es weiter. Anstatt sich auf diesen Schmerz zu konzentrieren, beschloss er, einfach weiterhin Gas zu geben. Er arbeitete zwei Jahre parallel zur Schule weiter und ging wieder zu Toyota und bekam dann tatsächlich den Vertrag, von dem er immer geträumt hatte. Seine Leidenschaft und sein Glaube zahlten sich also aus an der Stelle, denn er hat gewusst, was er wollte und war entsprechend aktiv geworden. Wer jetzt denkt, soweit so unspektakulär, es ging natürlich noch weiter, denn plötzlich tauchte ein neues Problem auf. Die japanische Regierung rüstete sich für den Krieg, wie wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg, und weigerte sich entsprechend, ihm Beton zu geben, den er für den Bau seiner Fabrik benötigte. War natürlich wieder ein herber Rückschlag. Wieder beschloss er, die Erfahrung zu nutzen und entwickelte eine andere Strategie. Er und sein Team erfanden dann ein Verfahren zur Herstellung des eigenen Betons und bauten damit wiederum die Fabrik. Unglaublich. Wir springen wieder nach vorne. Es ist Krieg und diese Fabrik wurde zweimal bombardiert, wobei große Teile der Produktionsanlage zerstört wurden. Wahnsinn. Die Reaktion ertrommelte sein Team zusammen und sie sammelten die zusätzlichen Benzinkanister ein, die die US-Kampfflugzeuge weggeworfen hatten. Also auch da wieder der Blick nach vorne und die notwendige Kreativität, um aus diesem Rückschlag etwas Positives zu machen. Er nannte dann dieses Momentum bzw. die Benzinkanister, die dort vom Himmel flogen, Geschenke von Präsident Truman. Wahnsinn. Also auch den notwendigen Humor brachte er mit, um in dieser schwierigen Zeit nicht unterzugehen. Nachdem er all das überlebt hatte, gab es ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben zerstörte seine Fabrik dann vollends. Honda beschloss daraufhin, sein Kolbenwerk bzw. das, was davon noch übrig blieb, an Toyota zu verkaufen. Völliger Wahnsinn. Wir fassen kurz zusammen. Zwei Jahre Entwicklung, Verpfändung von Schmuck, Zurückweisung durch Toyota, Gelächter der Kommilitonen, dann fehlende Mittel, um irgendwie mit Beton die Fabrik zu bauen, dann selber Beton entwickelt. Dann ging der Zweite Weltkrieg los, Bomben flogen auf seine Fabrik. Und als das überstanden wurde und er die Benzinkanister einsammelte, um daraus was zu machen, gab es da noch ein Erdbeben. Und er stand mehr oder weniger wieder am Anfang seiner Reise. Also unglaublich. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende dieser Geschichte. Denn er hat natürlich auch dann noch nicht aufgegeben und weitergemacht. Nach dem Krieg kam es in Japan nämlich zu einer enormen Benzinknappheit. Und Mr. Honda konnte nicht einmal mit seinem Auto fahren, um Lebensmittel für seine Familie zu besorgen. Also auch da wieder Kreativität gefragt. Und in seiner Verzweiflung schloss er einen kleinen Motor an sein Fahrrad. Wir ahnen, worauf das hinauslaufen könnte. Denn das Nächste, was passierte, war, dass Nachbarn ihn fragten, ob er eines seiner motorisierten Fahrräder für sie bauen könnte. Und einer nach dem anderen sprang auf den Zug auf, bis ihm dann die Motoren ausgingen. Also beschloss er, logischerweise eine Fabrik zu bauen, die Motoren für seine neue Erfindung herstellen sollte. Da fehlte ihm allerdings das Kapital. Denn so eine Fabrik zu bauen kostet natürlich richtig Kohle. Also beschloss er, alle 18.000 Fahrradladenbesitzer in Japan anzuschreiben. Nicht irgendwie, natürlich mit einem persönlichen Brief. Denn wir erinnern uns, mit den Computern war das damals noch nicht so richtig. Er erzählte diesen 18.000 Fahrradladenbesitzern in persönlichen handgeschriebenen Briefen, wie sie durch die Mobilität, die seine Erfindung bieten konnte, eine Rolle bei der Wiederbelebung Japans spielen konnten. Und überzeugte von den 18.000 tatsächlich 5.000, ihm das benötigte Kapital vorzustrecken. Unglaublich. Es ging weiter und blöderweise verkaufte sich sein Motorrad nur an die hartgesottenen Fahrradfans, weil es zu groß und sperrig war. Also arbeitete er weiter und passte die Entwicklung an und schuf eine viel leichtere, verkleinerte Version seines Motorrads. Er taufte es auf den Namen The Super Cup. Und es wurde ein Riesenerfolg. Infolgedessen begann er die Motorräder nach Europa und in die Vereinigten Staaten zu exportieren. Und erst in den 70er Jahren folgten die Autos. Unglaublich. Ich kenne Honda tatsächlich nur für die Autos. Wenn man dann zwei Minuten länger darüber nachdenkt, klar, Honda Motorräder kennt man natürlich auch. Aber dass er einer der ersten war, die quasi Motorräder erfunden haben. Ich habe es natürlich nochmal gegoogelt und recherchiert. Er ist nicht der Erfinder des Motorrads. Da gab es auch noch zwei, drei andere Kollegen. Aber er war vorne mit dabei, indem er eben die Motoren an Fahrräder klemmte, weil in Japan Benzinnot war, um irgendwie voranzukommen. Und so entwickelte sich das alles. Heute, klar, Honda Corporation, kennen wir alle über 100.000 Mitarbeiter in den USA und in Japan. Eines der größten Automobilimperien Japans. Da gibt es eigentlich nur noch Toyota und dann ganz lange wieder nichts. Und ja, ich finde insgesamt eine extrem beeindruckende Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen, die uns aufzeigt, dass Misserfolge dazugehören. Und dass man The Bigger Picture im Blick haben sollte. Und dass man vor allem mit ganz viel Überzeugung zu Werke gehen muss, um sich von all diesen Rückschlägen dann nicht abbringen zu lassen von seiner vermeintlich größeren oder höheren Mission. Deswegen an der Stelle Major Key Alert. Nämlich, um erfolgreich zu sein, muss man einen langfristigen Fokus haben. Denn die meisten Herausforderungen, die wir in unserem persönlichen Leben haben, Essen, Trinken, auch Sünden, Rauchen, ein bisschen zum Gefühl irgendwie überfordert zu sein und seine Träume aufgeben zu müssen, kommen meistens durch einen kurzfristigen Fokus, durch ein kurzfristiges Gefühl, so einen Impuls, den wir haben, der dann wiederum dafür sorgt, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen Dinge tun. Aber Fakt ist, Erfolg oder Misserfolg kommen einfach nicht über Nacht. Es sind viele, 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 viele kleine Entscheidungen auf dem Weg, die Menschen zum Scheitern oder zum Erfolg bringen. Es ist das Versäumnis weiterzumachen, es ist das Versagen, Maßnahmen zu ergreifen, es ist das Versagen durchzuhalten, das Versagen, unseren mentalen und emotionalen Zustand zu kontrollieren und zum Beispiel wie ich nicht jeden Tag zehn Minuten zu meditieren oder Yoga zu machen oder sich mal eine Auszeit zu nehmen oder, 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 oder. Umgekehrt ist das Erfolg das Ergebnis von vielen kleinen Entscheidungen. Die Entscheidung, sich selbst einen höheren Standard zu halten, die Entscheidung, etwas beizutragen, die Entscheidung, den eigenen Geist zu nähren, anstatt sich von der Umgebung kontrollieren zu lassen. Also, Learning an der Stelle nochmal zusammengefasst, um erfolgreich zu sein, muss man einen langfristigen Fokus haben. Ich glaube, das hat der Mr. Honda hier sehr schön bewiesen und ist auch nochmal was, was ich mitnehme, so für das Tagesgeschäft in Anführungsstrichen und ist ja auch sehr nah an dem, was Thomas Strerath uns mal mitgegeben hat und was wir seitdem auch immer wieder zitieren. Man sollte den kurzfristigen Erfolg nicht überschätzen und den langfristigen nicht unterschätzen und das steckt ja hier auch mit drin. Also, mal wieder ein Beweis dafür, dass Unternehmertum oder generell Karrierenentwicklungen, whatever, ein Marathon und kein Sprint sind und man sich während diesem Marathon auch gerne mal auf die Schnauze legt und Durst haben kann und hinfällt und wie auch immer und einfach weitermachen muss. Ja, Hammergeschichte auf jeden Fall. Über lange Strecken klang das, was du erzählt hast, ja eher wie ein Plädoyer dafür, eine sichere Beamtenkarriere einzuschlagen, anstatt sich diesen ganzen Stress anzutun. Am Ende der Geschichte hat es dann ein schönes Happy End, die mich jetzt voller Stolz daran zurückdenken lässt, ein paar Jahre lang in einem Honda Civic durch die Gegend gefahren zu sein. Das wertet das im Nachhinein nochmal total auf. Ich meine, cool ist ja Honda bis heute nicht. Ich habe am Wochenende noch eine Doku oder die Doku von Billie Eilish gesehen. Die ist ja gerade auf Apple veröffentlicht worden, alle reden drüber. Und relativ am Anfang sagt Billie Eilish, ich weiß nicht mehr, welche Familienangehörigen, auf jeden Fall der eine fuhr in Mazda und der andere in Honda und Conclusio war dann, ich bin umgeben von Losern. Offensichtlich von Mittelschicht auf jeden Fall, von Menschen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollen. Aber ja, es ist halt kein Mercedes-Benz und so. Ja, aber es ist ja auch spannend, warum denn eigentlich nicht? Kanye West, auch eine meiner Lieblingszeilen, what you think a rap for to push a fucking rap for, so ein Toyota, in dem Moment einfach komplett zerstört. Niemand aus der Hip-Hop-Kultur kann je wieder Toyota fahren, nach dieser Line, so schon gar kein RAV4. Spannend, weil die Geschichte, die Heritage von Honda ist eigentlich so geil, dass man sie so emotional aufladen könnte, dass jeder, der diesen Honda fährt, dieses erhabene Gefühl hat. Das ist die Entwicklung von diesem Typen, der 90 Mal hingefallen ist. Und jetzt, ich weiß nicht, wie ich meine, aber irgendwie wird es nicht erzählt. Ich höre gerade zum allerersten Mal die Geschichte von Mr. Honda und bin auch immer Civic gefahren und kannte das nicht. Ich würde aber mit einem ganz anderen Feeling Civic fahren, wenn ich die Geschichte von Mr. Honda kennen würde. Was es gibt, sind japanische Sportwagen, die zumindest irgendwie ganz geil und ganz cool aussehen. Der Civic ist da, glaube ich, immer so von Modell zu Modell geschwankt zwischen extremst langweilig und einigermaßen so in die Richtung. In manchen, ich werde gleich ein bisschen über Tuning reden. Da gibt es da auch ein paar Beispiele, wo asiatische Autos da mal beliebt sind. Aber generell hast du da auf jeden Fall recht mit. Da wird nicht wirklich das Potenzial dazu abgerufen, auch gerade, wo du Mazda jetzt noch erwähnt hast. Ja, der Mazda 626 ist halt nicht gerade der Inbegriff von Swag, sondern eher, was für Menschen, denen das halt eben völlig egal ist. Wo es halt auf anderes ankommt. Gut, aber ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Hat auch noch einmal mehr gezeigt. Richtet nicht zu hart über euch, wenn ihr noch nicht so weit seid wie Elon Musk. Wenn der Kollege Honda vor der Idee mit dem motorisierten Fahrrad vom Blitz getroffen worden wäre, würden seine Enkel heute auch nur sagen, Opa hat immer komische Sachen mit Autos rumprobiert. Leider nicht geklappt. Ja, er wäre genauso gut oder schlecht als Mensch gewesen. Er hätte nur irgendwie vielleicht den Stein auf den Kopf gekriegt, bevor er dazu gekommen wäre, diese geniale Idee zu haben. Also dranbleiben und langfristig gucken ist auf jeden Fall ein geiles Learning, was du da rausgezogen hast. Ich frage mich natürlich, was war seine größere Mission? Wollte er den Automobilmarkt revolutionieren? Also warum hat er damals mit Kolben angefangen und dann am Ende irgendwie mit Motoren an Fahrrädern das Ding aufgemischt und ist erfolgreich geworden? Also wahrscheinlich war das so der Rahmen, in dem er sich bewegen wollte. Er begeisterte sich für Mobilität, vielleicht ganz weit gefasst und hatte das Gefühl, das ist ein Bereich, eine Branche, in der ich was beitragen und verbessern kann. Egal wie. Ich mache es jetzt mal mit Kolben und dann halt mit Fahrrädern. Vielleicht waren es auch die Motoren, die ihn interessiert hatten. Genau, aber man sollte es nicht zu eng sehen. Wenn er immer dabei geblieben wäre, zu sagen, nein, niemals aufgeben, habe ich bei Learnings gehört. Dementsprechend, ich werde Mr. Kolben. Vorher beiße ich nicht ins Gras, bis ich der krasseste Kolbenkönig von Japan bin. Hätte auch nicht geklappt. Und da haben wir schon in den ersten Folgen drüber gesprochen, die Ziele ruhig ein bisschen flexibel oder breiter definieren, sodass du auch auf das, was der Rest der Welt so macht, darauf noch ein bisschen reagieren kannst. Ein bisschen manövrierfähig halt bleibst in deinen Planungen. Ansonsten klappt es vielleicht eben auch einfach nicht. Voll. Ich würde sagen, bevor ich den nächsten Block mache, hören wir mal kurz rein bei unserem Partner von Zipgate. Denn all das, was wir nicht wissen, weiß man bei Zipgate. Und da zappen wir mal kurz rüber. Ich würde gerne noch besser verstehen, was eure Filmkultur so besonders macht, dass sie so häufig erwähnt und gelobt wird. In unserer Folge 15 von Learnings haben wir zum Beispiel mal über Shaka Senghor gesprochen. Da ging es um das Thema Onboarding. Also wie geht man mit Leuten um, die neu in ein Unternehmen, in ein Team kommen. Und die These war da, dass neue Mitarbeiter am besten erkennen würden, was an einem Unternehmen besonders ist. Wenn man etwas über das eigene Unternehmen lernen will, sollte man dementsprechend neue Kollegen fragen. Was ist hier anders als in anderen Unternehmen, in denen du vorher gearbeitet hast? Daher meine Frage. Was würden neue Mitarbeiter bei Zipgate auf diese Frage antworten? Das stimmt total. Newbies, die neu bei uns anfangen, die sehen natürlich Dinge, die wir nicht mehr sehen können, weil wir Betriebswirt geworden sind. Und das ist was ganz Natürliches. Und deswegen fragen wir tatsächlich total oft, was Newbies denn so auffällt und was sich vielleicht auch wundert. Oder irritiert oder was auch immer ihnen so auffällt. Und das ist ziemlich das Erste, was oft dann so kommt, ist, dass sie bei uns nicht direkt eiskalt starten müssen. Das fällt ihnen auf. Sondern ein gescheites Onboarding bekommen. Das heißt, dass sie einen Paten bekommen und der ist dafür da, dass man eben gut reinkommt. Und das geht aber über ein, hier ist ein Laptop, hier ist ein Passwort, ja viel Spaß, weit hinaus. Denn hier geht es vor allem darum, dass jemand menschlich gut reinkommt, ein paar Leute kennenlernt und irgendwie so gut wie möglich ein Gefühl dafür bekommt, wie sich dieses Zipgate denn eigentlich so anfühlt. Und das ist nicht nur, weil wir alle so fürchterlich nett sind und uns mit allem gut verstehen wollen, sondern auch, weil wir so sicherstellen wollen, dass unsere Kultur abfärbt und mitwächst. Dazu gehört dann eben auch, dass Newbies ziemlich schnell merken, dass wir super viel miteinander reden. Den ganzen Tag. Manchmal auch ein bisschen viel vielleicht. Aber in diesen Reden transportieren wir eben auch ganz viel. Kommunikation ist da unser Werkzeug Nummer eins für alle möglichen Probleme, die wir so haben. Und wir reden halt wirklich über alles. Wir reden über Code, Design, Teamwork, über Gefühle, über Prozesse, über Konflikte, über irgendwelche verrückten Ideen, über Bugs. Wir kommunizieren über Kommunikation eine ganze Menge. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir das müssen, denn wir haben halt keine Chefs- oder Abteilungsleiter, Teamleiter oder irgendwelche disziplinarischen Hierarchiestufen, die uns sagen, so jetzt tippt mal schneller, reißt euch mal zusammen und macht gefälligst eure Arbeit. Und das ist das, was ihr jetzt tut. Und jetzt wird mal die Klappe gehalten. Die Teams müssen sich selbst darum kümmern, dass sie gescheit arbeiten können. Und da ist es dann eben total wichtig, dass sich eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege sehr schnell sehr wohl fühlt und sehr sicher fühlt, damit er oder sie zu dieser Kommunikation viel Qualität beisteuern kann. Und gerade Newbies haben eben diese Perspektive von außen, die super viel Qualität zusteuern kann. Und die ist dann auch gefragt. Und gerade auch das fällt vielen neuen Kollegen oder Kolleginnen auf, dass die Meinung und die Perspektive sehr schnell sehr gefragt ist. Ja, und dann kommt das Offensichtliche dazu, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, uns die Arbeit so angenehm zu gestalten, wie es nur geht. Normalerweise werden wir, wenn wir im Büro sind, jeden Tag fürstlichst bekocht. Unsere Küche ist wirklich einmalig. Und jetzt in der Corona-Zeit, dass uns in dieser Zeit jetzt unsere Küche Lunchpakete schickt, die wir dann zusammen mittags kochen, ist da auch echt nur die Spitze des Eisbergs. Ja, vielen Dank für den spannenden Input. Finde ich immer wieder beeindruckend, wie die Kolleginnen und Kollegen das so auf die Beine stellen. Und es geht auch noch spannend weiter, darf ich schon mal sagen, denn das Gespräch ist ja soweit der erste Teil schon geführt. Und danke auch an euch. Ihr habt das ja sehr gut aufgenommen, was wir mit unseren neuen Partnern von ZipGate machen. Wir haben schon eine Menge von einer Menge Downloads gehört. Auf zipgate.de slash learnings-podcast könnt ihr euch nämlich das Buch von ZipGate, 24 Work Hacks, kostenlos abgreifen. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie schon gesagt, die wissen die Dinge, die wir nicht wissen. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr froh, diesen Partner an unserer Seite zu haben und mindestens genauso froh, dass euch das bisher genauso viel Spaß macht. Machen wir weiter mit Cadillac. Cadillac, genau. Eine Automarke, die ich noch nie gefahren bin, glaube ich tatsächlich. Hat man selten mal als Mietwagen hier. Und wie viele Autos hast du besessen in deinem Leben? Sehr wenige. Ich bin immer den Honda Civic meiner Eltern gefahren tatsächlich. Und dann mein erstes Auto war ein Smart. Mein zweites Auto war ein Smart. Großer Smart-Fan, by the way. Und bin dann irgendwann auf den Audi umgestiegen, den ich jetzt immer noch fahre. Not bad. Ich bin tatsächlich bei besessen null. Ich habe es bisher noch geschafft, mir nie in meinem Leben ein Auto zu kaufen. Voll gut. Kommt wahrscheinlich der Geiz durch. Sehr nachhaltig, mein Freund. Immer geschnurrt. Auch den Civic von der Mama, den Nissan von Opa, den ich irgendwann kaputt gemacht habe. Und später die diversen Autos meiner Frau. Ja, Cadillac. Noch so ein Auto, was ich nie besessen habe. Vielleicht kommt es ja noch. Also, kleiner Bogen. Ich interessiere mich ja bekanntermaßen sehr für Subkulturen und für Dinge, die mehr Culture als Corporate sind. Und Sachen, die nicht im Labor entstehen, sondern organisch. Und dementsprechend fand ich beim Thema Auto-Tuning total spannend und habe da mal ein bisschen reingeguckt. Ich glaube, als ich jung war, als Teenie, mein erstes Traumauto war eine Corvette. Später wollte ich mal so einen getunten Ford Escort mit goldenen Felgen haben. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall findet man beim Thema Tuning geile Geschichten für Learnings. Mitte der 1940er Jahre begann zum Beispiel Menschen mit mexikanischen Wurzeln in Los Angeles, ihre Autos so tief wie möglich zu legen. Sie verzierten die Autos dann außerdem noch mit Airbrush und fluchten so langsam wie irgend möglich durch die Straßen L.A.s. Der Staat reagierte darauf im Jahr 58, indem er Autos verbot, die zu tief lagen. Ja, doch auch die Straße reagierte darauf wieder, denn nur ein Jahr später entwickelte ein gewisser Ron Aguirre eine Technik, bei der man mithilfe von Hydraulikpumpen den Wagen per Knopfdruck höher und tiefer fahren konnte. Also Polizei kommt, Wagen ist wieder oben, Polizei ist weg, wieder runter und weiter gecruised. Richtig cool. Es war dann nicht mehr weit, bis jemand auf die Idee kam, dass man mit diesen Hydraulikpumpen sogar den Wagen noch hüpfen lassen konnte. Und heute kennen wir solche Autos als Lowrider. Und schon in den 70ern verwandelte sich dann in L.A. der Whittier Boulevard und auch eine Menge andere zur Autoshow. Super spannend. Lowrider Kultur wurde dann besonders berühmt, als Rapper anfingen, darüber zu rappen und vor allem die Autos in ihre Musikvideos mit reinzupacken. Und die wurden einfach ein Teil vom West Coast Lifestyle. Dr. Dre beispielsweise in Let Me Ride, da merkt man ja schon, da geht es ums Cruisen, wenn er da rappt, roll ihn mal vor mit 16 Switches. Dann fährt er also einen 1964er Chevrolet Impala, dessen Hydraulikanlage 16 Schalter benötigt, mit der man die bedient. Ja, Lowrider und G-Funk haben dann gemeinsam einfach diesen Lifestyle ausgemacht, den ich dann konsumiert habe als Teenager im schönen Carmen östlich von Dortmund. Und das Faszinierende an Rap war für mich immer, dass Rap einem immer wieder eine neue Welt eröffnet. Die meisten Rapper sprechen nicht nur über sich, sondern auch über das, was sie umgibt. Und ein guter Rapper kann das bildlich vermitteln, sodass man sich fühlt, als würde man einen Film sehen. Wenn man jetzt selber dazugehört, das hatte ich dann vielleicht, wenn es so Ruhrpott-Rap war, dann kann man sich damit identifizieren. Alle anderen sehen einen dokumentarischen Film, der einem auf beeindruckende, aber eben auch immer noch authentische Art eine faszinierende fremde Welt zeigt. Das ist für mich das Geheimnis von Rap-Musik und das war dann mal mein Zugang irgendwann dazu, mir mit staunenden Augen diese Lowrider anzugucken. Und das gibt es nochmal meinen Zugang über Rap halt eben in diversen Städten. Houston Rap beispielsweise, so aus der Zeit von, für Leute, die sich da ein bisschen auskennen, Slim Thug oder Paul Wall, Chameleonair, Mike Jones. Da wurde die Musik extra langsam abgespielt. Man war high vom Hustensaft und die Autos waren sogenannte Slabs. Das steht kurz für Slow, Loud and Banging. Und dafür kauft man sich ein klassisches amerikanisches Luxusfahrzeug, das man dann völlig entkernt und neu aufbaut. Und man sorgt dann für eine niedrige Aufhängung, für Felgen, die aus den Reifen herausragen, sogenannten Swangers. Und man packt Candylack da drauf, der so schön funkelt. Und wobei dann halt nur jede Gegend in Houston irgendwie ihre eigene Farbe hatte. Die einen hatten die halt in Lila, die anderen in Schwarz und so weiter und so fort. Und in den Kofferraum baut man eine laute, basslastige, verkromte, mit Neonlichtern ausgeleuchtete Soundanlage. Auch da öffnet sich dann der Kofferraum hydraulisch. Nur springen konnten diese Wagen nicht. Fand ich immer total spannend. Irgendwie gehörte immer Autotuning mit dazu zu so einer Kultur, gerade in den Südstaaten oder im Westen der USA. Da in Miami hatte man dann Miami Bays und da hatte man dann auch die extra lauten, dröhnenden Anlagen, mit denen man sich sogar ein Battle, ein Bass Battle auf der Straße geliefert hat. Woraus dann sogar eine eigene Sportart in Anführungsstrichen geworden ist. Die Car Audio Competitions, wo sich Leute treffen und gucken, wer die lautere Anlage hat. Ist euch vielleicht mal in irgendeiner RTL 2 Doku nachts um halb vier am Donnerstagabend begegnet. Also ja, so wie Lowrider Kultur mit dem Chevrolet Impala begann, wurden Slabs gebaut, klassischerweise aus Cadillacs, Oldsmobiles, Buicks oder Chevrolets. Also diesen klassischen US-Marken. Und über eine von denen wollte ich gerade jetzt sprechen. Und dann kriege ich auch gleich den Bogen wieder zur Bedeutung von Tuning. Ende der 1990er hatte Cadillac ein Problem, das viele Unternehmen irgendwann haben. Bekanntes Problem. Man muss eine neue Zielgruppe erreichen. Und das ohne seiner Identität untreu zu werden. Denn Cadillac war eine Marke für Rentner in Florida geworden. Und eine Idee, die man dann hatte, wie man darauf reagieren wollte, war der Chevrolet Escalade. Ein Luxus-SUV, ein Quasi-Geländewagen für die Stadt. Und von dem Erfolg dieses Wagens hing ab, ob Cadillac überleben würde oder nicht. Jetzt lag das Konzept bei der Marketingabteilung. Und die musste sich überlegen, okay, SUV, was machen wir damit? Wie verkauft man das Ding denn? Die erste Idee der Marketingabteilung war, ja so Eskapismus. Also Ausbrechen, Berge, Natur, sowas hat man vor sich gesehen. Irgendwie raus aus der Stadt, rein in die Natur, dem Alltag entfliehen. Dann haben sie sich aber weiter beschäftigt damit, wofür die Marke Cadillac eigentlich steht. Und haben dabei rausgefunden, wenn sie sich so Geschichten, die haben Leute gefragt, erzählt eine Geschichte, in der Cadillac vorkommt, was verbindest du damit, was fällt dir dazu ein, was sind deine ersten Gedanken? Und in sehr vielen dieser Geschichten wurde Cadillac mit Ankommen assoziiert. Ja, also Mike Bentley aus der General Motors Marketingabteilung, denn Cadillac gehört und gehörte damals schon zu General Motors, meinte dazu, buchstäblich alle Geschichten beginnen damit, dass der Cadillac ankommt und jemand Erfolgreiches aussteigt. Für uns sagen diese Geschichten, ich bin angekommen, ich bin da. Fast immer ist es übrigens ein Mann, der irgendwo im Viertel wohnt und der halt ein bisschen erfolgreicher ist als der Rest. Also dafür stand offensichtlich Cadillac. Ja, da steigt jetzt einer aus dem Auto raus, jemand, der sich auch ein bisschen Gedanken über sein eigenes Erscheinungsbild gemacht hat und dementsprechend deshalb auch Cadillac fährt. In Abgrenzung dazu haben sie auch gefragt nach Geschichten, die den Leuten zu Ford einfällt. Könnte man ja sagen, Cadillac, Ford, beides ähnlich, klassische amerikanische Automarken, bauen auch Autos, die vergleichbar sind. Und die Geschichten von Ford handelten sehr oft von einer Gruppe von Menschen, die ins Auto steigen, um gemeinsam ein Abenteuer zu erleben. Auch total cool, aber etwas völlig anderes als Cadillac, wo der einzelne Mann ankommt und schick gekleidet aus seinem Auto aussteigt und halt eben ankommt. Ja, der Eskapismus, der Ausbruch in die Wildnis wäre also eher was für ein Ford oder vielleicht für ein Jeep, aber nicht so sehr für ein Cadillac. Der Escalade, ich weiß nicht, ob ihr den vor euch habt, der sieht halt auch echt nicht so aus wie ein Wagen, mit dem man ernsthaft in die Wildnis losfahren sollte. Es ist eher so ein gigantisches Schiff für große amerikanische Städte. Und die Marketingabteilung entschied sich dann dafür, dass der Escalade für Unverwundbarkeit stehen sollte. Dementsprechend wurde auch der Name gewählt, denn Escalade bedeutet, eine Festung mit Leitern zu stürmen. Ja, daher kommt der Name. Der Escalade hat als Auto einfach mehr Power, als man in der Stadt jemals gebrauchen könnte. Und er sieht halt eben auch so aus, total übertrieben, wie so ein Bodybuilder mit absurd riesigen Muskeln, die kein Mensch braucht, die aber irgendwie krass aussehen. Und sie haben dann noch einen entscheidenden Schritt gemacht. Sie haben sich dann nämlich damit beschäftigt, wie Luxusmarken eigentlich generell funktionieren. Und auf andere Luxusmarken geguckt und sich gefragt, wie differenziert man sich jetzt eigentlich. Und es stellte sich heraus, dass sehr viele dieser Marken zuerst von urbanen, jungen, coolen Menschen angenommen werden und sich dadurch dann durchgesetzt haben. Sprich, wenn du die Sockermarm im Vorort überzeugen möchtest, musst du erst den Rap-Fan in der Innenstadt überzeugen. Das war die Arbeitshypothese, mit der sie da gearbeitet haben. Wie bekommt man diese Leute, die Rap-Fans der Innenstadt, also dazu, den Wagen zu feiern, den Escalade? Und dafür haben sie sich dann mit der Tuning-Szene beschäftigt oder ein bisschen weiter gefasst. Sie haben darauf geguckt, wie Leute den Wagen, als der erste Escalade auch draußen war, nachrüsten und was die damit machen. Was macht also jetzt ein Rapper oder ein Basketballspieler mit seinem Escalade? Der addiert einen Spoiler, der packt noch mehr Chrom drauf, der packt größere Felgen auf das Auto, ändert vielleicht den Kühlergrill, sodass der noch brachialer wird oder packt Bildschirme in die Rückenlehnen. Und Cadillac hat dann angefangen, Dinge serienmäßig ins Auto einzubauen, die Leute sonst nachgerüstet haben. Zum Beispiel gab es dann DVD-Spieler oder halt eben extra viel Chrom. Und das fand ich spannend daran, denn anstatt zu ignorieren oder abzulehnen, was Leute aus ihren Autos machten, designten sie in die Kultur hinein. Sie hätten ja auch sagen können, diese Prolls sind keine spannende Zielgruppe für uns. Rapper gibt es ja gar nicht so viele und Drogendealer wollten wir jetzt hier nicht ansprechen und die dealen doch bestimmt alle mit Drogen. Aber Subkultur definiert halt eben für die gesamte Gesellschaft was als cool gilt und das hat eine enorme Hebelwirkung. Sie wollten die Hip-Hop-Dudes der Innenstadt überzeugen, um am Ende der Sockermarm im Vorort ein Auto zu verkaufen. Total spannend und wurde ein voller Erfolg. Es wurde zusätzlich noch flankiert von weiteren schlauen Cultural-Marketing-Maßnahmen. Denn anstatt einfach jetzt zum Beispiel zu sagen, okay Hip-Hop-Zielgruppe erreichen, Hip-Hop-Festival könnten wir doch sponsoren und überall Plakate aufhängen, wo Escalate draufsteht, wollten sie dezenter vorgehen, sodass es dann am Ende auch authentisch und organisch ist, was da passiert. Und so seedeten sie Autos an Rapper für Musikvideos. Also Seeding, so ähnlich wie man sonst vielleicht als Ed Hardy den Stars die T-Shirts ins Hotelzimmer geschickt hat, damit die das hoffentlich öfter mal tragen, hat man da halt eben die Autos zur Verfügung gestellt und siehe da, die wurden auch benutzt. Und der Wagen ist ja in so einem Musikvideo einfach ein Symbol. Der Getunte oder überhaupt der Escalate im Rappen-Video ist das Ziel der Ambition der Zuschauer und ein Statussymbol, das signalisiert, dass der Rapper oben angekommen ist. Ja, er hat die Festung erfolgreich gestürmt. Er steigt aus seinem Schlachtschiff, er ist unverwundbar und er hat sich natürlich auch Gedanken über sein Erscheinungsbild gemacht. Also genau das, wofür Escalate stehen sollte. Und das Schlaue daran ist noch, dass man dabei die Inszenierung des Autos in die Hände des Rappers bzw. seines Videoregisseurs legt. Denn erst dadurch wird es richtig authentisch und deutlich authentischer, als es der beste Cadillac-Werbespot jemals hätte transportieren können, wenn man sich halt eben nachhaltig in dieser Kultur verwurzeln möchte. Der Wagen wurde daraufhin, weil man einfach Cultural Marketing gut gemacht hat, zu dem Hip-Hop-Auto der kommenden Jahre und dadurch schließlich generell ein Erfolg und die Rettung für Cadillac. Also Learning, wenn Menschen dein Produkt annehmen sollen, kreiere es so, dass es sich in ihre Kultur einfügt. Super. Ich brauche eine Escalate, habe ich gerade beschlossen. Wir sollten vielleicht eine Firma für Cultural Marketing gründen. Also lass uns erst eine Firma für Cultural Marketing gründen und dann von den Gewinnen einen elektrisch angetriebenen Escalate kaufen. Das ist geil. So wird es gemacht. Exakt. Also spannende Geschichte. Ich hatte sie auch nicht auf dem Schirm. Ich kannte natürlich Escalate und ich fand den auch immer cool, um nicht zu sagen richtig cool. Mir war aber nie klar, dass sie tatsächlich taktisch vorgegangen sind bzw. strategisch vorgegangen sind, um Menschen wie mich zu begeistern. Hat funktioniert. Kein reiner Zufall. 100 Punkte. Aber halt eben auch nicht mit der Brechstange und deshalb ja auch so, wenn du es direkt gemerkt hättest, hätte es wahrscheinlich auch nicht mehr funktioniert. Ja. Sehr, sehr smart. Auch nochmal vielen Dank für die Einführung in die Audio Competitions, die Car Audio Competitions. Und gut, dass ich jetzt auch weiß, wovon Dr. Dre damals gesprochen hat. Das mit den 16 Schaltern hatte ich so nämlich auch nicht auf dem Schirm. Ich habe auch kurz versucht zu verstehen, was man damit macht, aber dann habe ich abgebrochen und mir gedacht, das ist jetzt bei Learnings, glaube ich. Es gibt irgendwie Pump- und Dampfschalter mit dem einen, naja, lassen wir das. Hydraulik ist eine andere Folge. Wahrscheinlich kannst du jeden Reifen einzeln ansteuern. Und wenn es dann hoch und runter geht, dann hast du vier Reifen, acht Schalter. Jetzt ist die Frage, vielleicht gibt es da noch Schalter, die die beiden Vorderreifen und die beiden Hinterreifen sind. Du hast zwei pro Pumpe. Der eine ist halt Pump, der andere ist Dampf. Mit dem einen geht da irgendwie das Öl rein in die Hydraulikpumpe und mit dem anderen wieder raus. Aber dann kommt es ja nur auf acht. Und dann kommt einer für runter. Pro Reifen, genau. Das ist immer noch die Frage. Warum braucht man jetzt also, vielleicht braucht das auch kein Schwein, aber Dr. Dre wollte angeben. Sixteen Switches. Sixteen Switches, die niemand braucht. Ja, wenn ihr es wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr interessiert. Ansonsten irgendwann eine Sonderfolge von Tobias Toxic Cargold zum Thema Sixteen Switches. Was man von Hydraulikpumpen lernen kann. So, wieder scheitere ich an einer vernünftigen Brücke. Macht nichts. Wir sprechen jetzt über NIO. Endlich. Endlich, endlich erfährst du, wer oder was NIO ist. NIO, einer der erfolgreichsten Automobilhersteller Chinas. Wie vorhin schon erwähnt, titelte das Handelsblatt das Tesla Chinas und das ist auch nicht zu hoch gestapelt. Ich war ja, wie erwähnt, in China Anfang 2019 und durfte da viele beeindruckende Unternehmen besuchen, wie zum Beispiel Tencent, wie zum Beispiel Alibaba. Ich habe da viel mitgenommen, tatsächlich auch nochmal einen anderen Blick auf Europa und dort erst realisiert, wie klein Europa eigentlich ist oder um es nochmal runterzubrechen, wie klein Deutschland eigentlich ist und wie wichtig uns Europa sein sollte, um weltweit überhaupt eine Rolle zu spielen. Allein mengenmäßig, denn es gibt 1,4 Milliarden Chinesen und es gibt etwas mehr als 400 Millionen Europäer. So, in China gibt es alleine 400 Millionen heranwachsende Menschen, also Teenager. Ja, und entsprechend ist der Markt dort drüben viel, 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 viel größer und viel spannender auch für Unternehmen. Und man hört ja immer wieder, ach, das ist ein chinesischer Autohersteller, der baut die Autos ja erstmal nur für China und kommt dann irgendwann nach Europa und deswegen beschäftigt sich auch kaum jemand mit NIO, weil NIO baut im Moment noch keine Autos für Europa. Und dann wird immer so getan, als wären die ja noch klein, weil die bauen ja noch nicht für Europa. Nee, die versuchen gerade 1,4 Milliarden Chinesen mit Autos zu versorgen und wenn die alle mit Autos versorgt sind, dann gucken wir mal nach Europa, weil da gibt es ja auch noch so ein paar Leute, die rumlaufen. Interessante Statistik an der Stelle, auf 1.000 Einwohner kommen in der EU mehr als 430 Fahrzeuge. Zum Vergleich, die Pkw-Dichte in China liegt nur bei etwa 100 pro 1.000 Einwohnern. Also da ist noch eine Menge Potenzial und Menge Musik drin und deswegen konzentrieren sich eben viele Automobilhersteller aus China erstmal auf China. Und das hat nichts mit der Qualität oder Leistung zu tun, darauf komme ich gleich. Vielleicht noch kurz zur Bedeutung von NIO, denn auch im Chinesischen, was heißt auch im Chinesischen, insbesondere im Chinesischen hat ja vieles eine Bedeutung. Und NIO bedeutet übersetzt Blue Sky Coming. Finde ich großartig für einen Automobilhersteller, der ausschließlich auf Elektromobilität setzt. Blue Sky Coming. Also wir arbeiten dafür, dass es irgendwann den blauen Himmel gibt. Warum müssen wir dafür arbeiten, dass es einen blauen Himmel gibt? Jeder, der mal in China war, weiß, dass die Himmel dort nicht blau sind, sondern grau, wegen Smog und Städten und überhaupt. Also NIO versucht, die Himmel über den chinesischen Städten blau zu machen. Großartig. Kriege ich Gänsehaut. Das Logo von NIO verkörpert tatsächlich auch so ein bisschen diese Aspekte. Es sind zwei Teile. Könnt ihr euch anschauen, haben wir natürlich auch verlinkt. Das obere, halbrunde Element symbolisiert Himmel, Offenheit, Vision und Zukunft, während der untere Teil für Erde, Richtung und Vorwärtsbewegung steht. Finde ich auch wieder total spannend und gut als alter Marketier. Wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid von NIO und dem wahrscheinlich bald anstehenden Triumphzug durch Europa, dann schaut gerne mal an die Börse und schaut euch den Aktienwert an. An der Börse ist NIO nämlich inzwischen mehr wert als BMW und oder Daimler. Total beeindruckend. Auch da habe ich gleich noch ein paar Zahlen mitgebracht. Vielleicht noch mal kurz zur Qualität und diesem ganzen Made in China Thema. Denn ich erlebe immer wieder Menschen, die egal ob es um TV, ob es um einen TV geht oder um ein Auto geht, sagen, nee, Made in China ist irgendwie billig. Dem ist ja lange nicht mehr so. Die Chinesen haben ja tatsächlich top, top, top Qualität. Und wenn man mal zurückdenkt an Made in Germany, das worauf wir ja alle so stolz sind, wo das herkommt. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wo es herkommt. Das war nämlich Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben die Briten auf Produkte Made in Germany geschrieben, weil die waren von minderer Qualität. Und dort wollte man vor vermeintlich billigen Importen irgendwie warnen. Und denen wurde vorgeworfen, dass die ja nur beiden, wie der Rapper sagt. Dass die Deutschen ja nur die tollen Industrieerzeugnisse der Engländer kopieren. Also eigentlich alles, was da gesagt wurde, klingt wie, als könntest du einfach Deutschland streichen, China einfügen. Dann hast du das, was man in den letzten zehn Jahren über China gesagt hat. Ganz genau. Also Made in Germany hat die gleiche Geschichte wie Made in China. Und ich prophezeie, dass Made in China zukünftig auch zu einem Gütesiegel werden kann. Auch wenn das jetzt für viele noch völlig absurd klingt. Denn China ist generell ein Land auf dem Weg zurück an die Spitze. Wenn wir uns zurückerinnern, China gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit. Sie haben den Anspruch vorweg zu gehen. Das ist in der DNA dieses Landes. Und sie empfinden es als große Niederlage, das dem in den letzten Jahrzehnten nicht so war. Und entsprechend sind sie doppelt und dreifach motiviert, wieder an die Spitze zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch schaffen werden. Jetzt kann man sich über die Wege dorthin streiten. Und es geht hier in diesem Podcast nicht darum, chinesische Politik irgendwie gut zu heißen. Oder jetzt Menschenrechte zu thematisieren, die natürlich, wie wir alle wissen, nicht dem westlichen Standard entsprechen. Hier geht es nur um Nio und die Automobilindustrie. Und das alleine sollte aber trotzdem für uns alle wichtige Learnings bereithalten. Kommen wir zurück zu Nio und meinem Besuch im Nio. Nicht Werk, aber es war ein Office. Und dort haben wir viele Menschen getroffen, die auch bei Nio arbeiten. Interessanterweise viele Menschen, die früher bei BMW und Mercedes waren. Die sagen, ach ja, BMW und Mercedes, das waren noch Zeiten. Damals haben wir sechs bis acht Jahre gebraucht, bis ein neues Auto entwickelt war. Jetzt brauchen wir 18 Monate. Und alle freuten sich in diesem Raum und erzählten darüber, wie sich die Zeiten erändern. Und sie können immer noch nicht glauben, dass es in Deutschland alles so lange dauert. Ich war erschrocken, weil ich mir dachte, hoppala. Das erklärt dann auch, warum die Technik in meinem gerade erst gekauften Audi immer noch so alt ist. Und man sich fragt, ey, was habt ihr eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht? Ich habe ein iPhone 12 in der Tasche. Das kann gefühlt irgendwie meine Wohnung saugen und die Spülmaschine ausräumen und was bei Amazon bestellen. Und mein Auto hat immer noch irgendwie Karten von 1994 im Navi. Egal, auch darum soll es nicht gehen. Zwei Videos, die uns damals gezeigt wurden bei diesem Besuch, fand ich extrem beeindruckend. Video Nummer eins aus dem Jahr 2016. Und zwar ist es ein Nio EP9. EP9, könnt ihr euch denken, ist ein Modell von Nio. Das den Rekord auf dem Nürburgring geknackt hat. So schnell wie der Nio EP9 des chinesischen Startups hat noch kein Elektroauto die Nordschleife auf dem Nürburgring umrundet. Und ich saß da in China in diesem Office, kannte dann Nio für jetzt vielleicht insgesamt 50 Minuten und sehe auf einmal dieses Video von der Nordschleife vom Nürburgring und dieses chinesische Elektroauto, das die Nordschleife einmal kurz komplett auseinander pflückt. Und man denkt sich, wie kann es eigentlich sein, dass wir ignoranten Menschen das nicht gesehen und mitbekommen haben? Und das Ding war halt 2016, also auch schon ein paar Jahre her. Fand ich extrem spannend. Also natürlich einmal diese Machtdemonstration. Ey, wir kommen zu dir nach Hause und bei dir zu Hause zerlegen wir mal kurz die Nordschleife. Also im Land der Automobilindustrie, irgendwie im Land der Porsches und Daimlers und BMWs kommen wir auf die wichtigste Rennstrecke überhaupt und knacken da den Rekord. Fand ich sehr beeindruckend. Und auch echt eine Kampfansage. Und was ich auch spannend fand, ist, dass sie mit diesem Auto demonstriert haben, auf sehr gute Art und Weise demonstriert haben, dass es bei Elektromobilität auch sehr viel um Spaß geht und nicht nur um Reichweiten. Wir reden ja hier häufig über 45 Kilometer, aber auch nur, wenn du die Klimaanlage ausmachst. Und die denken sich, ey, was für 45 Kilometer? Lass mal zur Nordschleife fahren. Und gehen das Thema Elektromobilität auch nochmal von einer anderen, wie ich finde, sehr spannenden Seite an. Tesla hat es ja auch sehr gut gemacht, du hast es eben erwähnt. Der Insane Button hieß er, glaube ich, oder Insane Mode. Ludicrous Mode. Ludicrous Mode, auch großartig. Ein Knopf, den man drückt. Und den kannte ich tatsächlich noch, bevor ich so richtig wusste, wer oder was ist eigentlich Tesla und was soll das alles, haben wir alle schon von diesem Ludicrous Mode gehört. Also total spannend. Video Nummer zwei, das uns damals demonstriert wurde, ist vom Nio ES-8, auch wiederum ein Modell von Nio, das einen Battery Swap bekam. Also dieses Auto fährt in eine Tankstelle, dann kommen von unten so zwei Greifarme, schrauben die Batterie aus, fahren die Batterie weg, kommen mit der neuen Batterie, schrauben die wieder drunter und dieses Auto fährt einfach weiter. Also eine Batteriewechselstation zu Deutsch. Und die Dinger gibt es tatsächlich. Also mittlerweile gibt es mehr als 100 Batteriewechselstationen in China. Das klingt erstmal wenig, ist auch im Verhältnis wenig, gibt es natürlich nur in den Großstädten, aber die funktionieren. Ich habe jetzt gerade in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal geguckt, sind die denn in die Tat umgesetzt worden und wie viele gibt es davon und so. Und das dauert zwölf Minuten. Insgesamt all in. Also von irgendwie reinfahren, Batterie rausschrauben, reinschrauben, wechseln, zack, zack, zack. Und du bekommst eine brandneue Batterie, die wieder 100 Kilometer Reichweite hat und die im besten Fall schon weiterentwickelt wurde. Weil die entwickeln die Batterien ständig weiter und du hast quasi Battery as a Service. Das heißt, du leist dir nur diese Batterien. Und mit jeder Evolutionsstufe entwickelt sich auch dein Auto weiter. Also du musst nicht dein komplettes Auto wegschmeißen, ich nehme jetzt hier meinen i3 und werfe den weg, weil der neue i3 hat viel mehr Reichweite. Sondern du schmeißt einfach die Batterie weg und deine neue Batterie hat dann nicht mehr 400 Kilometer, sondern einfach 1000 Kilometer. Also mindblowing. Nochmal, ich sitze in China, habe noch nie von Nioh gehört. Erst zerfetzen die die Nordschleife, danach tauschen die die Batterie in zwölf Minuten aus und ich komme mir vor wie so ein Neandertaler. Weil als dann doch eher selbstbewusster bis arroganter deutscher Unternehmertyp kommst du da hin und denkst dir, haha, ja von den Chinesen habe ich ja schon gehört, die kopieren alles von uns und hast du nicht gesehen. Ist halt nicht mehr der Fall. Und ich finde das auch sehr erdend, diese Erfahrung mal zu machen. Also sobald Covid durch ist, sollten alle mal nach China fahren und sich da mal kurz so ein bisschen umschauen und in Unternehmen gehen. Das ist schon sehr beeindruckend. Natürlich, jetzt kommen natürlich alle die und ich sehe schon vor mir, ja aber in China und die Regierung und die subventioniert und das Unternehmen Nioh wäre im Übrigen auch fast pleite gegangen. Hätten sie nicht vor zwei Jahren erst eine staatliche Subvention von zwei Milliarden Euro bekommen. Ja, ist alles richtig, ändert aber nichts an den Ergebnissen. In Deutschland wird auch Lufthansa gerettet. Also die Chinesen wollen und die investieren da extrem viel und dann erreichen sie auch diese sehr, sehr, sehr ambitionierten Ziele. Ich bin mir nicht sicher, du hast kurz die Hand gehoben. Wolltest du was sagen? Wann du möchtest, ich habe schon einen langen Zettel hier von Sachen, die ich sagen wollte. Bring es ruhig zu Ende. Dann lass, genau, ich bring es noch ganz kurz zu Ende. Also dieses Nioh, von dem ihr alle noch nicht gehört habt vor ein paar Minuten und von dem ich so begeistert bin, das gibt es erst seit sechs Jahren. Ja, ist 2018 an die Börse gegangen, inzwischen 80 Milliarden Euro wert und damit eben deutlich mehr als BMW und Daimler. Ja, interessanterweise verkaufen die dennoch nicht so viele Autos aktuell. Ja, also der Firmenchef Li Bin sagt, Zitat, bisher verkaufen wir in China nur etwa so viele Autos im Jahr, wie BMW innerhalb von drei Wochen in China absetzt. Und weniger als zwei Prozent von dem, was BMW im Jahr weltweit verkauft. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie kann es denn sein, dass der Börsenwert trotzdem über BMW liegt? Naja, weil die Anleger Nioh nicht als Automobilkonzern sehen, sondern als Tech-Unternehmen. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, den ich vorhin aus meinem Spiegelartikel mitgebracht habe, der iPhone-Moment. Denn für Nioh sind Kunden keine Kunden, sondern User. Und Nioh sieht sich nicht nur als Tech-Unternehmen, sondern als Lifestyle-Marke. Wer ein Nioh kauft, wird gleichzeitig Mitglied eines Clubs und vernetzt sich mit anderen Fahrern der Marke und bekommt dafür Punkte. Mit den Punkten kann sich ein Nioh-Kunde dann wiederum Apps kaufen, Kleidung kaufen, Tee kaufen, Schuhe kaufen. Ja, man kann in das Nioh-Haus gehen, das es natürlich in den großen Städten gibt und dort mit den anderen Club-Mitgliedern Kaffee trinken und, 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 und. Und, also, sie schaffen ein ganzes Markenuniversum für Nioh. Finde ich extrem beeindruckend. Also nicht nur technologisch sind die extrem weit vorne und, und brechen Barrieren und denken anders und investieren viel Geld für all diese Dinge vom Nürburgring über die Charger. Und sie haben auch noch von Apple und Nike gelernt, die es ja auch schaffen, nicht nur Produkte zu bauen, sondern Communities zu bauen, Ökosysteme zu bauen. Weswegen Menschen wie ich sich irgendwann mal für ein iPhone entschieden haben und seitdem Apple TV, Apple Watch, Apple dies, Apple das. Und das Gleiche gilt ja auch für Nike. Wenn du einmal irgendwie Nike Plus und Nike Running App und tralala, die ganzen Geschichten hast, dann wechselst du ja auch nicht mehr so schnell deinen Sportartikelhersteller. Also long story short, Learning für mich hier ganz klar, baue keine Produkte, sondern eine Community, so wie es Nioh gerade tut. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir alle noch viel von Nioh hören werden. Interessant auch, wo du gerade von Nike gesprochen hast, da haben wir mal über Shoe Dog gesprochen, über das Buch von Phil Jackson. Und da war ja auch das Ganze, mit der Marke ging es ja auch erst dann los, weil er halt gehört hatte, was die Japaner damals wiederum so gemacht haben, gebaut haben und wie die halt den Automarkt revolutioniert haben. Und er sich dachte, könnte man das nicht auch auf Sneaker übertragen, ist dann da hingeflogen, hat dieses damals für ihn total fremde Land irgendwie kennengelernt und dann am Ende da tatsächlich einen Partner gefunden, um japanische Tourenschuhe danach in die USA zu bringen. War sein erster Schritt und auch Japan hatte ja eine ähnliche Geschichte. Da hat man auch erst gesagt, so ja, das ist so Billigzeug in den USA, bis irgendwann Japan da gar nicht mehr für stand, weil man irgendwann gemerkt hat, die bauen Autos, die sind besser, kosten aber auch nur die Hälfte und gehen nicht kaputt. Denn den Honda musste man auch extremst selten reparieren lassen. Wir hatten Jahre später einen Opel Omega. Das war eine andere Nummer. Der war quasi mehr in der Werkstatt, als er irgendwie in der Garage zu Hause gestanden hat. Und mit diversen Honda Civics ist dir das halt eben nicht passiert. Und da kann sich so ein Land natürlich auch weiterentwickeln. Vielleicht ist das alleine schon was, was einen wieder inspirieren kann. Denn was so ein Land kann, kann so ein Unternehmen im Zweifelsfall vielleicht auch. Sollte ja mit unserem, was weiß ich, vielleicht mit deinem 18-Mann-Startup solltest du das dann irgendwie auch irgendwie hinbekommen. Finde ich spannend. Und auch das, was du zum Batteriewechsel gesagt hast. Von dieser Technik hatte ich auch schon mal gehört, weil ich habe ja dann mit meinem neuen Tesla-Fantum auch immer weiter ein bisschen da reingeguckt. Und wie du schon gesagt hast, du kriegst ja auch ein neues weiterentwickeltes Auto durch die neue Batterie. Das gilt natürlich auch für die Software-Updates, die man da die ganze Zeit bekommt. Also generell hast du eigentlich eine ganz andere Art von Produkt dadurch. Deshalb ist es ja jetzt auch möglich, dass es inzwischen auch, es gibt auch Isera heißen die, glaube ich, oder so eine Elektroautomarke aus Polen. Und es gibt diverse. Ich habe letztens was im Fernsehen gesehen, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Da hatte jemand auch, da dachte ich mir, wie kann der ein eigenes Auto am Start haben? Das war ein so ein Typ, der hat ja irgendwie seine Werkstatt verkauft, das sind seine Elektroautos, war aber hauptsächlich darauf ausgerichtet, als Zulieferer sein Geld zu machen und zu entwickeln für andere Hersteller. Aber es lohnte sich halt auch, ein paar Autos selber zu bauen und die zu verkaufen. Also es ist wirklich ein enormer Unterschied dazu, was Auto eigentlich vorher bedeutet hat. Anschließend dann das, was du gesagt hast, dass man es dann auch anders verkaufen kann und dann vielleicht auch das Apple-Auto eines Tages zum Beispiel Sinn macht. Apple ist wohl wieder dran. Project Titan nimmt Fahrt auf. Die haben gerade wieder einen ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter von Porsche gekauft, beziehungsweise eingestellt. Also das nimmt Fahrt auf. Und Sony, völlig überraschend, habe ich auch diesem eben zitierten Artikel entnommen. Also Sony hat wohl den ersten Prototypen gebaut. Ich habe ein Bild gesehen, das Ding sieht echt sleek aus und Sony kooperiert jetzt wohl mit Microsoft, um ein Betriebssystem dafür zu bauen und, 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 und. Und dass Sony designen kann, wissen wir ja alle. Walkman, Discman, alles irgendwie Sony, Playstation, Sony. Von dem her wird spannend. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie das so weitergeht mit den Daimlers und BMWs. Aber wenn die Rapper weiterhin brüllen, Beamer, Benz oder Bentley, könnte das ja trotzdem noch funktionieren. Ja, muss man da nur was für tun. Cadillac hat es ja dann auch hingekriegt, da in die Kultur hinein zu designen. Und das können dann die Automobilhersteller sich auch vornehmen. Und mit etwas Glück für die deutsche Wirtschaft kommen die deutschen Marken da drauf, bevor die chinesischen da drauf kommen. Übrigens fand ich das auch spannend, was du am Anfang erzählt hast, von der schieren Größe des Landes. Weil wir alle steigen ja gerne mal aus, wenn bei Learnings zum Beispiel hier so Zahlen erzählt werden und warten dann aufs Fazit. Ach so, das zweite war größer als das, danke, verstanden. Und ich musste da daran denken, dass als mal irgendwo betont wurde, der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär, dass man oft im Kopf so, das sind eine Schublade packt, Millionäre und Milliardäre. Der eine hat nochmal einen Tacken mehr als der andere. Wenn du mal über den Unterschied nachdenkst, das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was du von Deutschland, Europa und China erzählt hast, ja. Wenn du 100.000 mal zusammengespart hast, das kann man ja irgendwie hinbekommen, 100.000. Machst du das mal 10, bist du Millionär. Okay, der Sprung von Millionär auf Milliardär ist 1.000. Du musst nicht 10 Millionen haben, du musst 1.000 Millionen haben. Dann kannst du dich Milliardär nennen. Und dann hast du davon vielleicht noch 56 Milliarden. What the fuck? Also völlig anderes Unternehmen. So der Millionär steht quasi direkt neben dir. Der Milliardär, der ist wirklich in ganz anderen Sphären unterwegs. Anderes Thema, musste ich nur daran denken. Und das ist, glaube ich, ein bisschen so ähnlich wie, wenn man sich da mal die Zahlen aus China anguckt und sich da mal überlegt, okay, was ist ich, wenn du, du hast die Zahl der Jugendlichen genannt, wenn du jedem zehntausendsten Jugendlichen da dein Produkt verkaufen könntest, dann wärst du vielleicht krasser, als wenn du bla 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 in Deutschland schaffen würdest. Ja, es gibt genauso viele Teenager in China, wie es Menschen überhaupt in ganz Europa gibt. In Europa, ja, wow. Genau, ist ja alles gesagt. Okay, Mic Drop. Sollen wir zusammenfassen? Machen wir unsere Learnings. Müsst du anfangen. Das kann ich sehr gerne tun. Learning Nummer 1. Um erfolgreich zu sein, muss man einen langfristigen Fokus haben. Und Learning Nummer 2. Baue keine Produkte, sondern eine Community. Mein erstes Learning. Ich habe ja viele diesmal von Tesla dabei. Erstens, fang Premium an. Schlechter werden kannst du immer noch. Oder der Remix Nummer 2. Beschäftige dich mit der richtigen Preisstrategie für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Learning 3. Fortschritt ist kein Naturgesetz. Große Innovationen passieren nicht von allein. Number 4. Es ist toll, wenn etwas das Richtige ist. Besser ist, wenn das Richtige auch Spaß macht. Nummer 5. Ein höheres Ziel motiviert nicht nur dich und dein Team. Purpose ist auch ein Turbo-Boost fürs Marketing. Und Nummer 6. Wenn Menschen dein Produkt annehmen sollen, kreiere es so, dass es sich in ihre Kultur einfügt. Ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen. Von Autos kann man eine Menge lernen. Weder besprochen noch versprochen. Von dem her fand ich auch eine sehr gute Folge. Und mit Blick auf die Uhr haben wir auch wieder eine gute Stunde 15, glaube ich. Von dem her, lass uns zum Schluss kommen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auf mein erstes Elektro-Auto. Auf jeden Fall. Ich bin auch heiß. Ich schwanke hier zwischen dem Escalade und dem Nio. Du hast das schon gesagt. Der elektrische. Das ökologisch sinnvolle, total gestört, riesengroße Auto, was durch keine spanische Fußgängerzone passt. Klingt nach einem Deal. So machen wir es. Okay, bis nächste Woche bei Learnings. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.